Hallo liebe Brettspielfreunde, heute zeige ich euch das Spiel Kubo aus dem Queen Games Verlag. Das ist ein Spiel für 2-4 Spieler ab 8 Jahren mit einer Dauer von ca. 25 Minuten. Wie immer zeige ich euch als erstes, was findet ihr in der Spieleschachtel an Inhalt, wie baut ihr dieses Spiel auf und wie funktionieren die Regeln. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit meinem Video zu Kubo. In der Spieleschachtel findet ihr folgenden Inhalt. Eine kleine Anleitung. Dann gibt es hier einen Plan zum Zusammenstecken, auf dem man die Punkteplättchen ablegen kann, wenn man möchte. Hier gibt es die Rundenleiste, dann gibt es für jeden Spieler hier so ein Abdeckplättchen. Dann natürlich eine Menge Würfel, das ist ja ein Würfelspiel. Und dann gibt es noch ein Stoffsäckchen und in dieses habe ich mal diese ganzen Punkteplättchen reingeschmissen und auch die schwarzen Rundenplättchen liegen hier drin. Ja und somit haben wir auch alles beisammen. Das ist er, der komplette Inhalt dieser Spiele-Schachtel. Und als nächstes zeige ich euch, wie ihr das Ganze jetzt aufbaut. Der Aufbau funktioniert wie folgt. Ihr steckt diese Punkteleiste zusammen. Also das ist nicht die Punkteleiste, sondern die Leiste, die die Punkteplättchen beinhaltet. Und dann legt ihr einfach Punkte hier drauf. Ich habe es nur ein paar hingelegt, mal zum symbolischen Zeigen, wie das ausschaut. Da kann man einfach die Punkte reinlegen. Dann gibt es hier diese Rundenleiste. Da legt ihr einfach die 1 auf die 1, die 2 auf die 2 und so weiter und so fort bis zur 6. Und dann werden Würfel verteilt. Zu einem brauchen wir zwei Würfel jeder Farbe, die in die Tischmitte kommen. Und dann kriegt jeder Spieler von den roten Würfeln vier Stück, von den blauen Würfeln vier Stück und einen weißen Joker-Würfel und dann auch noch so eine Abdeckplatte. Und somit ist der Aufbau schon erledigt. Und ich lese euch mal die Spielidee vor. Euer Ziel ist es, viele Punkte mit euren neuen Würfeln zu erzielen. Ordnet die Würfel zu einem Quadrat mit dem weißen Joker-Würfel in der Mitte an. Für jede Straße und jeden Drilling erhaltet ihr bei der Wertung Punkte. Je höher die Kombination, desto besser. Die besondere Herausforderung, ihr spielt alle gleichzeitig. Wer nicht nur schnell würfelt und anordnet, sondern auch seinen Mitspieler gut im Auge behält, hat nach 6 Runden die meisten Punkte und gewinnt. Um euch das Spiel zu zeigen, habe ich mal kurz diese Punkteleiste hier aus dem Spiel geschoben. Die ist jetzt nicht so wichtig. Da kann ich jetzt ein bisschen reinzoomen. Ihr könnt das Ganze ein bisschen in Größe sehen, was ich hier so treibe. Und somit schauen wir uns das Ganze jetzt einfach mal in Ruhe an. Die Rundenleiste zeigt schon, es gibt 6 Runden. Und nach diesen 6 Runden werden eben die Punkte, die die Spieler hier mit diesen Markern gesammelt haben, zusammengezählt. Und dann gewinnt der Spieler mit den meisten davon. Ja, wie funktioniert so eine Runde? Das ist eigentlich recht einfach. Die Runde beginnt immer damit, dass ein Spieler erstmal diese 4 Würfel, die vorne liegen, einfach mal würfelt. Das sind Würfel, die sich die Spieler noch schnappen können. Also jeweils einen davon für den Spieler, der fertig ist mit seinem Kubo. Ja, was ist so ein Kubo? Kubo ist einfach eine Fläche aus 9 Würfeln. Das heißt, 3 mal 3 ist das Raster. Das ist ein Kubo. Und sowas muss man bauen. Allerdings brauchen wir natürlich etwas, was Punkte bringt. Und so ein Kubo bringt nur Punkte, wenn darin Straßen sind oder wenn darin Drillinge sind. Jetzt hätte ich hier oben schon mal eine Straße gebaut, eine 1, 2, 3. Was wäre so eine Straße wert? Naja, einfach 3 Punkte. Immer die höchste Würfelzahl in der Reihe. Das sind die Punkte dafür. Also baue ich hier so eine 4, 5, 6. Wie in der Mitte jetzt zum Beispiel. Dann hätte ich sogar 6 Punkte. Allerdings würde es dabei nicht bleiben. Denn der Joker hat noch eine andere Bewandtnis. Der simuliert jede Würfelfarbe. Denn es ist durchaus wichtig, eine Reihe in einer Farbe zu bekommen. Denn wenn ich die Reihe in einer Farbe habe, gibt es doppelt so viele Punkte. Bedeutet, diese 4, 5, 6. Das wäre nicht nur die 6 Punkte wert, die hier vorne sind. Sondern weil es eine komplett blaue Reihe ist, dank des Joker-Würfels, wären es 12 Punkte. Also immer schauen, dass man auch die Reihen mit gleichen Farben baut. Dann gibt es erst nochmal richtig Punkte dazu. Dabei ist es auch wurscht, ob die Straße zum Beispiel jetzt hier absteigend ist. Das ist egal. Das wären 3 Punkte. Es ist einfarbig. Also 6 Punkte wert. Also auch darauf ein bisschen achten. Und es zählt eben jede Reihe und jede Spalte extra. Das ist auch hier nochmal zu sehen. Also alles, was hier in den Reihen und Spalten liegt, wird einzeln angeschaut. Und da muss ich eben schauen, dass ich möglichst viele Punkte für mich zusammenkriege. Wichtig ist dabei, dass es immer ein Echtzeitspiel ist. Das heißt, alle Spieler würfeln gleichzeitig. Und wenn ich mir zu viel Zeit lasse und der andere Spieler ist dabei fertig, komme ich in Zeitbedrängnis. Warum ist das so? Ganz einfach. Im Zweispielerspiel ist es jetzt zum Beispiel so, dass wenn ich etwas zusammengebaut habe in meinem Kubo, das mir gefällt, ich einfach hier oben den Deckel drauf mache und mir dann hier aus der Mitte einen Würfel nehmen darf. Das ist auch noch ganz wichtig bei der Planung. Wenn ich sehe, okay, ich habe jetzt eine super Konstellation, aber mir fehlt genau noch eine 6, um irgendwas ganz Tolles zu machen, dann sage ich einfach, okay, ich mache das jetzt schnell fertig, mache Kubo und nehme mir die 6. Denn danach, wenn alle Spieler fertig sind und es kommt zur Auswertung, darf ich diese 6 gegen einen beliebigen Würfel austauschen. Das heißt, an die gleiche Stelle, wo der andere Würfel lag, darf ich einen Würfel aus der Mitte reinsetzen. Ich muss ihn nicht reinsetzen, wenn ich das nicht möchte. Ich kann es aber, also ich kann auch im Gedanken schon einen dieser Würfel mit einplanen. Natürlich muss ich dann auch schnell sein, weil wenn der andere Spieler schneller ist oder einer der anderen Spieler bei Mehrspielern, dann schnappt er sich hier einen Würfel und wenn es genau der Würfel ist, den ich gebraucht hätte, habe ich halt Pech gehabt. Ja, wie läuft so eine Würfelrunde eigentlich ab? Alle Spieler fangen gleichzeitig an auf das Kommando Kubo, nehmen sie die neuen Würfel und würfeln das Ganze und schauen sich jetzt an, was kann ich denn daraus bauen. Ganz wichtig ist es, wenn ich jetzt hier sehe, das wird nichts, was ich hier so habe, muss ich alle Würfel neu würfeln. Ich darf nicht einzelne Würfel zur Seite legen und die vielleicht später nochmal würfeln. Nein, das ist verboten. Ich muss alle Würfel neu würfeln. Ich darf aber jederzeit mal schon mal alles hinlegen und gucken, was käme denn da raus und wie schaut denn das aus. Das wiederum ist völlig okay und auch erlaubt. Also ich muss nicht erst mal überlegen an der Luftansicht, wie das ausschaut, sondern ich kann es schon hinlegen und dann sehen, aha, aha, das wäre jetzt so und so. Jetzt könnte ich sagen, okay, hier wäre eine 3, brauche ich nicht, doch eine 3 wäre auch nicht schlecht. Ich könnte jetzt dann sagen, ich lege das von mir aus so hin und dann hätte ich hier oben schon mal eine Straße. Dann hätte ich hier in der Mitte eine Straße nach unten mit dem Joker, aber leider nicht einfarbig. Und jetzt könnte ich mir natürlich überlegen, okay, ich kann mir dann hier den Würfel noch schnappen und den hier austauschen. Dann hätte ich hier noch ein Drilling mit einem 6er oder ich tausche den hier aus und lege den rein. Dann hätte ich ein Drilling mit einem 3er, das ist natürlich weniger wert. Also ich kann mit diesen Würfeln eben planen und wenn ich sage, okay, ich bin damit zufrieden, haue ich den Deckel drauf, sage Kubo, nimm mir einen entsprechenden Würfel und jetzt kommt es darauf an, mit wie vielen Spielern man spielt. Spielt man nur mit zwei Spielern, darf ich sofort einen Countdown von 6 runterzählen, langsam. Und das ist die Zeit, die der andere Spieler noch Zeit hat, aus seinen Würfeln etwas zu bauen. Wichtig ist auch, sobald ich den Deckel hier drauf habe, darf der andere Spieler nicht mehr würfeln. Das heißt, er darf, wenn ich es noch in der Hand habe, dann darf ich es noch einmal würfeln, ansonsten darf ich nicht mehr würfeln und muss auf dem, was ich jetzt liegen habe, ebenso schnell wie möglich noch schnell etwas zusammenbauen, um ein paar Punkte zu kriegen. Der andere Spieler zählt derweil eben genüsslich runter. 6, 5, 4, wie gesagt, nicht so schnell. Und der andere Spieler baut eben noch ganz schnell etwas zusammen. Bei mehr Spielern wie zwei ist es so, dass erst wenn der vorletzte Spieler fertig ist, dann runtergezählt wird. Das heißt, immer der letzte Spieler, der da noch dabei ist, der hat das Problem, Gas geben zu müssen. Alle anderen haben erstmal noch genug Zeit. Ja, und wenn dann eben alle fertig sind, kommt es zur Auswertung. Man macht den Deckel runter und man geht jetzt jeden Spieler einzeln einfach durch, was der an Punkten hat. Er sagt jetzt noch, okay, ich lege den 6er jetzt noch hier rein. Den lege ich zurück in die Mitte. Und jetzt schauen wir uns an, wie viele Punkte ich hier hätte. Hier habe ich eine Straße 3, 4, 5, leider nicht in einer Farbe, deswegen nur die 5 Punkte. In der Mitte habe ich eine Straße 4, 5, 6, leider auch nicht in einer Farbe, deswegen nur die 6 Punkte. Sind wir schon bei 11 Punkten. Hier unten habe ich ein Drilling, leider nicht in einer Farbe, also 6 Punkte dazu, 17 Punkte. Ja, mehr habe ich auch schon nicht gebaut. Da ist nichts, da ist nichts, nö. 17 Punkte bleiben und dann nehme ich mir einfach dann hier entsprechend Punkteplättchen in der Summe und lege die zu mir hin. Und dann werden eben auch alle anderen Spieler hier gewertet. Und dann ist die erste Runde vorbei, dann kommt das weg und man spielt die nächste Runde. Man kann den hier auch immer umdrehen, damit man weiß, was schon gespielt ist oder eben runternehmen, wie man möchte. Ja, und dann wird als erstes wieder diese 4 Würfel hier gewürfelt. Und dann geht es mit dem Kommando Kubo wieder los, dass alle Spieler gleichzeitig loswürfeln. Ja, ein schnelles, einfach zu lernendes Würfelspiel. Wer gerne solche Echtzeitspiele mag, der ist hier an der richtigen Adresse. Hier wird richtig schön durcheinander gewürfelt. Ist auch relativ laut, wenn die Würfel auf den Tisch knallen von allen Spielern. Macht aber durchaus sehr viel Spaß, man muss einfach ein bisschen schnell denken. Nehme ich das, was kann ich mit dem mittleren Zeug noch anfangen? Würfle ich lieber nochmal alles? Wie schaut es bei meinen Mitspielern aus? Auch mal rüber blicken, sind die schon bereit? Bauen die schon an ihren Kubo hier zusammen? Ist das schon was, wo sie wahrscheinlich behalten werden? Muss ich mich dann beeilen? Also hier einfach alles auch ein bisschen im Blick haben. Und dann hat man hier ein richtig cooles Würfelspiel für die ganze Familie. Das war sie, meine Brettspielvorstellung von Kubo aus dem Queen Games Verlag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Brettspielvideo wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Servus macht's es gut, euer Michael.